Gute Morgen, Viktoria-Fans. Wir sind gerade aufgewacht. Der Tag 2 ist gerade angebrochen und jetzt sind wir auf dem Weg zum Frühstück. Danach haben wir noch zweimal Training und ja, wir sehen uns später. Wir waren jetzt frühstücken. Das Essen war super lecker und jetzt haben wir alle noch ein bisschen Zeit auf unseren Zimmern zu verdauen, bevor es dann gleich losgeht zum Training. Guck mal hier, ein Spielplatz. Jetzt zeige ich euch mal wie die Zimmer aussehen. Ich klopf mal hier. Ich weiß nicht von wem das Zimmer ist, aber egal. Zeig uns mal wie dein Zimmer aussieht. Also man hat hier einmal die Toilette. Weißt du? Ist gerade besetzt? Ja, Bruder. Dann hat man hier zwei Betten. Ein Fernseher. Hier, die ist das. Guck euch mal diese Aussicht an. Wow, 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 wow. Okay, danke, Milos. Danke, Milos. Danke. 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 Danke, Milos. Danke. 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 Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. 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 Und jetzt machen wir uns auf den Weg zurück in unser Zimmer. Duschen und frisch machen. Danach haben wir gleich Essen. Dann werden die Challenges aufgenommen. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh.